In Brasilien feiert man nicht nur den Fußball und den Samba, hier feiert man das Leben. Dazu gehört die Siesta in einer bequemen und liebevoll gestalteten Hängematte. Bei La Siesta wollen wir mit unserer Copa Hängematte Brasilien den Menschen und dem Fußball Tribut zollen. Es gibt sie in vier Teamfarben. Canarinha, Mannschaft, Furia Rocha und Samurai Blue. Die Copa ist eine Doppelhängematte, in der bequem auch zwei Personen zusammen entspannen können. Die Copa verkörpert brasilianisches Traditionshandwerk und Qualität. Hergestellt wird sie aus reiner Bio-Baumwolle im nordbrasilianischen Fortaleza. Das Makramee sieht nicht nur schön aus, es sorgt auch für optimale Gewichtsverteilung und das Gefühl von Schwerelosigkeit. Besonders stolz ist man in Brasilien auf die kunstvoll geknüpften Zierborten an den Seiten der Hängematte. Die Knüpferinnen aus Fortaleza stellen diese sogenannten Verandas meistens in Heimarbeit her, während sie gleichzeitig die Familie versorgen. Bei La Siesta arbeiten wir begeistert daran, dieses Kulturgut gemeinsam mit unseren lokalen Herstellern weiterzuentwickeln. Den Menschen vor Ort fühlen wir uns sehr verbunden. Deswegen unterstützen wir mit den Erlösen der Copa auch das soziale Projekt Gito Escolinia. Beim gemeinsamen Beachsoccer erfahren die Schüler und Schülerinnen aus Fortalezas Armenviertel, was Zugehörigkeitsgefühl und Regeln bedeuten. Eine Alternative zu Drogen und Kriminalität und eine Chance auf eine bessere Zukunft. Mit der Copa Hängematte holen sie sich ein echtes Stück Brasilien mit nach Hause. Untertitelung des ZDF für funk, 2017